Die International School of Management ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule mit vier Standorten bundesweit. Uns gibt es bereits seit über 20 Jahren in Dortmund. Seit 2007 sind wir auch in Frankfurt vertreten, 2009 kam der Münchner Standort hinzu und seit 2010 sind wir auch im Norden, nämlich in Hamburg, vertreten. Die ISM hat sowohl Bachelor- als auch Masterprogramme für diejenigen, die in Vollzeit studieren möchten, aber auch diejenigen, die sich während ihrer Berufstätigkeit weiterbilden möchten und berufsbegleitend ein Studium absolvieren wollen. Unsere Studienprogramme sind im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich angesiedelt. Man kann sich eben in verschiedene Themenfelder spezialisieren, sei es im Marketingbereich, in den Psychologiebereich oder auch wenn es Richtung Tourismus oder Finanzen gehen soll, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir sind natürlich hier jetzt auf einer Bildungsmesse vertreten, so wie wir es das ganze Jahr über an vielen Standorten haben. Darüber hinaus haben wir natürlich auch viele Veranstaltungen, die direkt an der ISM angeboten werden, um Schülern einfach die Möglichkeit zu geben, den Studienalltag kennenzulernen, die Studienprogramme der ISM aus nächster Nähe zu erfahren und hautnah den Studienalltag zu erleben. Gerne sind auch Eltern dabei willkommen, die ihre Schüler oder ihre Kinder in dem Fall dann begleiten können in den neuen Schritt ins Leben. Wir freuen uns immer sehr über interessierte, engagierte Schüler, die Lust haben bei uns zu studieren und wir alle beraten sie natürlich gerne, sei es auf Messen als auch bei uns im Haus. Die ISM hat verschiedene Kernkompetenzen, Internationalität ist dabei ein ganz zentraler Punkt, das heißt wir haben ein sehr großes Partnernetzwerk von über 140 Partnerhochschulen für die Auslandsaufenthalte unserer Studierenden. Ein bis zwei Auslandssemester sind in all unseren Studiengängen vertreten. Darüber hinaus erwerben alle Studierenden Fremdsprachenkenntnisse in zwei Fremdsprachen. Englisch ist dabei schon das Basisprogramm. Darüber hinaus gibt es Französisch, Spanisch oder auch Chinesisch, wenn man sich dafür interessiert. Und natürlich kann man auch gerne noch Fähigkeiten in Italienisch oder Arabisch weiter ausbauen. Auch dieses Angebot haben wir bei uns. Praxisbezug, ein anderer wichtiger Schwerpunkt in unserem Studienprogramm, wird dadurch gelebt, dass die Studierenden 24 Wochen Praktikum während ihres Studiums absolvieren, mindestens die Hälfte auch wieder davon im Ausland. Also auch da Internationalität als Kernthema. Aber auch unser Unterricht ist durch Praxisbezug gekennzeichnet. Das heißt, die Dozenten haben Praxiserfahrung, haben Berufserfahrung und bringen das natürlich auch direkt in den Unterricht mit, sodass man auch aktuelle Themen und Trends diskutieren kann. Zusätzlich pflegen wir eine sehr persönliche Amosphäre bei uns an der Hochschule. Das heißt, man unterrichtet in kleinen Gruppen. Etwa 30 Studierende sind dabei in einer Klasse zusammengefasst. Im Fremdsprachenbereich werden die Gruppen geteilt. 15 bis 18 Personen formen dann eine Unterrichtsgruppe. Auch da wieder eine hohe Intensität, sodass man verhandlungssicher in der zweiten Fremdsprache wird.